Ihr habt schon mal ein herzliches Willkommen zur Renn-Diskussion mit Slice. Hallo, es war jetzt ein bisschen hektisch. Hallo. Aus Slice, der rechts ist er mit Ducati. Er selber, glaube ich, oder? Und ich bin Rossi. Uah! Ohohoho! Der wird es direkt lösen. Der angeschlagene Rossi. Ich habe nicht gut, dass Rossi dann, wenn ich jetzt Rossi auswähle, selber auch noch mitfährt. Jetzt bin ich Zweiter gewesen und dann... Erster Fehler, erste Kurve. Ja. Aber Slice hat da irgendwie einige Stürze, ich gar keinen. Also da liegt einmal meine Hoffnung jetzt einmal grundsätzlich im Rennen. Zehn Minuten, sieben Stürze. Jetzt fahren wir mal ein paar Meter, würde ich sagen, bevor wir hier anfangen zum Diskutieren über das Rennen. Oder über die Rennen. Im Allgemeinen auch natürlich. Wie gesagt, auch wieder Spoiler-Alarm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Genau, ja. Aber das werden die meisten ja eh schon von uns wissen und kennen. Ja. Ich meine, es steht ja auch im Titel. Eine Diskussion. Ja, eben. Von Aragwan. Ja, wir könnten ja mit dem Start einmal so langsam beginnen, oder? Lorenzo, wieder mal... Oder MotoGP? Nein, MotoGP gleich einmal als Erster, oder? MotoGP natürlich. Ach, schon, bis ich... Ja. So wie du. Jetzt bin ich so durchs Feld, aber leider Rückstand auf dich. Lorenzo, ja, sorry. Traumstart natürlich wieder einmal. Und jetzt nach vorne geblieben. Ja, hat das echt durchgehauen. Ähm, hat super durchgehauen. Ja, genau. Und dann aber doch die zwei Honda-Piloten ihn noch eingeholt. Und da ist er jetzt doch gestürzt, auch im Rennen, der liebe Slice. Ist echt verhext gerade. Ja. Qualifying, wie gesagt, sieben Stürze. Ich hab's in Quali schon gesagt. Die Ducati ist nur für... Desmoto wie Desmoburni und Lorenzo. Selbst Petrux... Petrucci kam heute nicht zurecht mit der Ducati. Ja, das stimmt. Der war... Wo ist denn der am Ende gelandet? Ich glaub sogar der 19. oder so. Außerhalb der Punkte sogar. Also, der muss gröbere Probleme gehabt haben. Ja. Was war mit Volker? Der hat irgendwie nicht mehr reden können, hab ich da gehört. Der hat irgendwie auf den Kehlkopf gefallen oder beim Training. Ja, der ist im dritten Freien. Was hat der für ein Pech die Saison? Das gibt's ja nicht. Ja, im dritten Freien Training hat er eine Highseite gehabt. Ja, aber gar nicht... Ja, genau. Er ist mit dem Kehlkopf auf die Plexiglas... Oh, was für ein... Plexiglas-Scheibe gescheit. Du auch krass. Ja. Oh, Schätze. Und ja, dann war er weg. Dann war er weg, ja. War zuerst im Krankenhaus am Samstag, hab ich gehört. Ja, der hatte eine offene Brüte am Hals. Konnte nicht reden, ja, ja. Unfassbar. Ich bin bei meinen Ducati-Freunden, ja. Okay. Jorgi und Dovi. Mhm. Ja, Dovi, bisschen schwach gewesen heute, im Vergleich zu Lorenzo. Aber, aber für die WM... Ja, stimmt. Aber halbwegs solidige Punkte, sag ich mal, für die WM. Also da nichts Tragisches passiert jetzt in dem Sinne. Ja. Ja, Vinal ist da am Anfang ein bisschen geschwächelt, dann aber wieder ein bisschen stärker geworden zum Ende hin. Zumindest Rossi wird überholt auch. Stimmt, ja. Ja, das waren die harten Reifen, würde ich fast sagen. Ja, 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 ja. Weil fast alle, die vorne mitgefahren sind, hatten keine harten Reifen. Auch Lorenzo da mit dem Soft hin. Der hat Soft gehabt, genau, ja. Deswegen ist er ganz zum Schluss dann ein bisschen langsamer geworden, glaube ich. Hat er es selber gesagt. Petrosa zum Schluss schneller. Und ich muss sagen, von Petrosa hätte ich mich gar nicht gedacht. Der ist so ruhig und brav. Er hat sich da ein bisschen über Rossi beschwert, über die Linie da, was er gehabt hat. Bei über 300, aber ich zeig's euch dann gleich auf der langen Geraden, wo er so ganz links gefahren ist, der Rossi. Aber jetzt aber im Fernsehen gar nicht so wild. Er hat einfach nur links gefahren, der Rossi, oder? Also er kann ja fahren, wo er will, im Prinzip. Petrosa ist aber nochmal weiter links vorbei. Ja, 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 aber das ist ja dann sein Problem, oder eigentlich? Wenn ich das jetzt ganz neutral betrachte. Also ich mach beide grundsätzlich, aber... Ja, die Diskussion... Ich fand's jetzt gar nicht so schlimm. ...quasi in der Moto3 mit mir, wie er da Schlangenlinien übergefallen ist. Ja, mit mir. Mit mir. Nein, mit dir nicht, sondern mit mir, ja. Johann, ja. Ja, das Wortspiel natürlich immer wieder. Genau. Da ging's ja auch rund in der Moto3, stimmt. Das war ein geiles Sprintrennen. Ja. Ja. Könnt mir's gut als wirkliches Rennen so vorstellen, so kurz. Hat mir gut gefallen. Na, abgesehen davon, ich fahr' ja grad mit Rossi. Top-Leistung von ihm nach dem Unfall natürlich. Wahnsinns-Leistung. Gegensatz, äh, wenn wir jetzt kurz wegen die Schmerzen und, 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 und Unfall. Marcel Schrötter musste leider verletzungsbedingt dann aufgeben, weil die Schmerzen auch zu hoch geworden sind. Er hat dann zu viele Fehler gemacht, hat er gesagt, konntest dich nicht mehr konzentrieren im Interview, wenn du das gesehen hast. Ja. Und hat dann ein bisschen retiren. Bitte? Er hat Kahnbein getroffen. Ja, genau. Er war im Quali richtig stark, aber über die Renndistanz leider hat er's nicht geschafft. Aber richtig stark. Da war Rossi dann noch mal krasser. Aber auch gute Leistung von, von Sandro, muss man sagen, von Cortese. Der muss jetzt. Der muss jetzt, dass er noch einen Vertrag irgendwo kriegt dann. Ja. Nächsten Jahr. Ja, aber das war schon einmal ein gutes Bewerbungsgespräch, äh, Vollstädlung. Mehr oder weniger. Top-Tenner geht das immer gut. Jetzt, ja. Gerade in der Moto2. Vielleicht nicht ganz vorne bei einem Team, aber irgendein Team, auf jeden Fall. Bin gespannt. Könnten sie austauschen, statt, äh, Vierge zum Beispiel. Tech-Troi. Ja. Austauschen. Die nehmen Sandro. Außer so habe ich auch andere Pläne. Ja gut, in der Moto2 gibt's eigentlich echt genug Möglichkeiten. Ja, ey, da gibt's viele Teams. Da gibt's viele Teams dazu kommen. Aber um nochmal zurückzukommen auf Rossi, also. Die meisten haben ja gesagt, die realistisch wirklich auch Ahnung davon haben, dass er letzter wird, beziehungsweise keiner heute machen kann. Und dann fährt er da auf fünf, Ende, das ist Wahnsinn. Mhm. Ich hab niemals von ihm gedacht. Ich auch nicht, ne? Und auch dritter Startplatz, äh, Wahnsinn. Ja. So viel Risiko gegangen, das war dem scheißegal irgendwie. Ja. Heute auch mal ein spannenderes Rennen hier bei uns. Naja. Rossi wird von, ja, in dem Fall jetzt mal Dovi gejagt. Von Slice. Slice. Petrosa eigentlich noch mehr fast, muss ich sagen. Ja, Petrosa sowieso taubt. Einmal hat er sich richtig verbremst. Marquez? Ja, ja, wo er dort zwei auf einmal überholt hat und fast Lorenzo abgeschossen hat. Ja. Ja, durch die, durch die heißen Temperaturen hat er nicht so das Vertrauen in den Vortreib gehabt. Außer in der letzten Kurve, da, da ist ihm alles sehr gut. Ja, da, da können wir eine Linie fahren. Unglaublich. Besser als jeder andere. Ja. Aber ich habe ja auch von Petrosa gesehen, dass der relativ eng gefahren ist. Er hat ja auch den einen anderen überholt. Also die Honda ist doch richtig geil gelegen in der letzten Kurve. Und Dovi, bald noch von Bautista überholt worden. Ja, stimmt. Das wäre auch bitter geworden. Dann Aprilia mit Espargaro war auch gut und der wäre auch ganz knapp dran auch ein Rossi zum Schluss, glaube ich sogar. Ja, stimmt, stimmt. Und auch die KTM's Calio, super. Ja, ja. Calio auch cool, ja. 10 L. Top Leistung von den beiden. Und Smith halt wieder die Problem-Kind bei KTM. Auf 19 oder wann, oder wo? Ja, da irgendwo in der Gegend, ja. In der Gegend, auf jeden Fall weit Abstand. Da, Rins, Rins, Rins Gegend. Marquez-Stelle. Ja. Mir kommt, falls ihr euch ausschaut, hätt's jetzt gefunkt, oder war das nur... Ja, ich bin auf dem Kerb auf jeden Fall draufgekommen. Okay. Ah, das ist in der Grafik. Kleiner Ding, irgendwas. Keine Ahnung. Kennt man ja von Meister. Ja, jetzt hier so Cutty-Power auf der Geraden. Und jetzt hier, wir mit Schlangenlinien immer... Da hat sich ja Bastianini ganz schön drüber beschwert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's jetzt nicht wirklich unfair oder so. Oder auch in dem Sinne gefährlich natürlich, aber ich mein, wenn du vorhin Gefahrenangst hast, dann solltest du da wegbleiben. Ja. Aber ich mein, das hat ein Miller schon früher gemacht, das hat... Das ist einfach in der Moto3 gang und gäbe, wenn du dem Windschatten ausweichen willst. Ja. Also, dass du anderen Leuten Windschatten gibst. Und ich find, das war in Ordnung gefightet und auch saustark von mir, der die Situation erkannt hat und dann die letzte Runde da nochmal richtig rausgehauen hat. Ja. Also, bin ich verdient. Ja. Philipp Oetl war die Verkleidung locker, glaub ich, das hab ich nicht gewusst. Denk man schon, warum ist der dann nochmal zurückgefallen? Bei dem ist da auch immer was, aber bei, ich weiß nicht, ich kann den nicht mehr so ganz für voll nehmen, seitdem er, seitdem er die Aussage getroffen hat, dass er Moto2 KTM-Vertrag ablehnt. Ja. Äh, für Moto3. Also, ja. Ne. Der ist bei mir durch, irgendwie, keine Ahnung. Das ist, das war gar nicht ein Fehler. Das ist auch ein Fehler, auf jeden Fall. Auch wenn grundsätzlich die Entscheidung, eine Motto-Saison anzuhängen, um noch ein bisserl besser zu werden oder sich ein bisserl noch mehr um die WM mitzufighten, vielleicht nicht so eine schlechte Entscheidung, weil grundsätzlich ist, aber wenn ich ein Angebot habe, ich habe gesagt, schon bekomme ich und hier ein Stoppie von Slice hier. Auf dem Kerb? Hat's mir das ausgeschaut, ja. Ja, es war einer. Okay. Bei 300 oder so. Das geht. Ja, die Curbs, das ist, wenn du da draufkommst, entweder in voller Schräglage mit vollem Speed oder beim Ambremsen, das ist tödlich. Es ist, es ist wirklich der Tod hier in Avagon. Und meine Bremsen sind, glaube ich, jetzt nicht mehr so geil. Okay. Habe ich irgendwie das Gefühl. Hatte ich auch im Qualify-In. Was, was, wollte ich schon sagen? Ich schaue auf die Bremsen, aber wir haben ja Verschleiß. Achso, die Bremsen? Okay. Ja, also, fühlt sich so an. Okay. Auch hier, ja. Also, ich fühle weniger Bremskraft. Können die kaputt werden, oder was? Das Gefühl habe ich aber öfter, wenn ich stürze. Aber immer nur beim Bremsen. Okay. Also, ist die Maschine, ist das runtergegangen, diese Grafik da rechts? Nein. Okay. Im Qualify-In war sie aber ganz unten. Okay. Ja, das denke ich mir noch zehn Stürzen oder so. Nein, das war echt. Und auch hier jetzt schon der dritte Stürz. Konzentriert. Die Pace, die passt eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche einfach nur ins Spiel zu kommen. Ein Spiel ins Ziel. Oh. Achso, bei mir war nix. Aber das kenne ich, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Bei den... Ich weiß, das ist... Das ist hart. Dann liegt es einmal nicht auf... an dem, dass ich der Horst bin. Der Host. Ja, ich bin ja Host. Ach, du bist es. War ich auch irgendwann einmal der Host? Ja, du warst da immer Host. Und dann haben wir gewechselt, weil du... Okay. Weil du immer die Standbilder hattest. Okay. So bitte auch. Super. Geil. Okay, dann liegt es doch an dem. Vielleicht liegt es auch daran, dass die ganze Zeit Leute reingommen. Ich habe keine Ahnung. Das hilft zumindest nicht. Ja, das stimmt. Ja, die sollen wir raus. Nächstes Mal wieder mit Passwort. Ja, wir haben es diesmal vergessen. Oder besser gesagt, ich. Ja. 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 Ich finde heute das Rennen fast spannender hier bei uns. Ich meine das echte Rennen war schon ziemlich spannend, aber es war jetzt nicht so viel passiert, dass man das jetzt so die ganze Zeit erzählen müsste. Also war schon geil. Auch gerade das mit Rossi war ja das Hauptthema. Ich mache mal den Marquez. Ja, ein solides, gutes Rennen. Leider Marquez gewonnen. Also muss ich fast ganz ehrlich schon sagen. Da bin ich parteiisch irgendwie. Ich gönne es dem Dovi sehr, wenn ja alles gut ist. Aber Marquez, ja. Muss nicht sein. Was weigert dich mit dem Marquez reden? Mit dem Alex? Ich hatte ja jetzt noch aufgeben, weil der, ich habe ja gar nicht mehr den berührt hinten. Kann das sein? Und dann ist irgendwas kaputt worden. Ja, ich glaube, der hätte irgendwie auch Schmerzen. Ach so. Ich weiß es nicht. Also, sie haben zumindest dann danach kurz die Wiederholung gezeigt, wie er ihm da außen hinten kurz berührt hat. Aber das kann natürlich auch durchaus sein, dass da verletzungstechnisch was war. Ja, ist ja dann noch in die Box gefahren. Genau. Ich bin mir aber da jetzt auch gar nicht mehr so sicher. Insgesamt beeindruckend, wie Morvidelli da dann aber auch noch gegen Passini. Ja, 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 ja. Gegengehalten hat. Ja, aber zum Schluss ist dann Olivera auch nochmal näher kommen. Extra. Also da haben wir Speed gefunden. Ein Rund mehr. Ja, ja. Ja. Passini wieder sehr stark auch, muss man sagen. Letzte Runde und Rossi jetzt erst auf die Gerade raus. Ah, jetzt haben wir das, genau. Ah. So ist er ungefähr gefahren und Petrosa dann links vorbei und das hat ihm irgendwie nicht so gut gefallen. Oh. Oh. Also ich. Das hat zu früh, aber ich habe definitiv nicht zu früh gebremst, weil ich bin jetzt schon zu weit gegangen. Ich bin hier hinten drauf gefahren. Das habe ich gemerkt, ja. Aber ich wundere, dass ich nicht geflogen bin. Ja, das wäre ja typisch. Aber ich habe extra noch sogar eine Spur später bremst, weil ich schon in der Mitte bin, ich bin spät rüber gefahren. Ja, ich sage ja, meine Bremsen waren zu schlau. Ja, stimmt. Ich habe einfach noch nicht gebremst. Ei, ei, ei. Valentino Burni gewinnt, aber gut, das ist jetzt sekundär. Valentino Burni. Ja. Ei. So. Gewinne ein Wort, schwere einen zum Freischalten von Mark Marquez. Okay, alles klar. Ja, super. Den brauche ich. Sag mal, wie viele Leute sind die eigentlich gerade jetzt drin? Vier. Aber alles ist der. Äh. Bing-mäßig, schauen wir nicht so gut aus. Mhm. So, was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Ähm. Das haben wir eigentlich eh. Lüthi ist, glaube ich, vierter geworden, oder? Das haben wir auf... Also, wenn wir jetzt kurz auf Mototun, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, vierter, ja. Der hat relativ solide Punkte gemacht. Genau. Genau. Bassini, Morbido, die haben sich gute Duelle geliefert. Oli an Lüthi vorbei, genau. Sechs Runden vor Schluss, oder? Aber das habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so, ja. Er ist auf jeden Fall vorbei. Hä, war doch die ganze Zeit vor Lüthi, oder? Wenn wir auf jeden Fall auch noch erwähnen müssen, ist Brad Binder, der ist nämlich fünfter hinter Lüthi, glaube ich, ins Ziel gekommen. Der hat dann für ihn ein relativ starkes Rennen gefahren. Den habe ich mir aufgeschrieben. Genau, Oli, Oli Weyra zum Schluss, schnell. Tom Ege, da der Sieger vom letzten April, nur zwölfter, leider. An sich, aber trotzdem mehr stabile Leistung. Aber, ja. Im Vergleich zu dem, was so vorher alles war. Ja. Bleibt er eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wo ist er? Kiefer, oder? Kiefer Racing, glaube ich. Hm. Hm. Wo ja Kent aufgehört hat, oder? Das ist ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist sowieso einer, den... Eieieiei, ich weiß, der fährt jetzt gar nicht, ganz, oder? So war eine Hoffnung. Ja, der, ja. So ein guter Fahrer. Ja. Ja, da muss aber irgendwas gröberes sein, oder? Dass er gleich aufhört. Sonst hätte ich doch zumindest einmal die Saison durchzogen. Dass er gleich aufhören... Ja, ich verstehe es nicht. Und wenn ich es nur jetzt für mich persönlich dann das Training nehme, oder so? Wenn alles andere nicht passt. Und den Vertragerfühler, ja, keine Ahnung. Da wissen wir ja leider keine näheren Details dann. So, haben wir noch irgendwas... Und was? Kalio 9er, glaube ich. Ah, der ist am Schluss dann 11er, 10er immer herum. Ich weiß nicht genau die Position, aber... 10er, Kalio 11er. Genau, war gut. Ionone habe ich doch 13er, glaube ich, aufgeschrieben, oder so, in der Gegend. Ja, das war auch nicht so berühmt. Ja, Petrosa natürlich sehr stark nach vorne gekommen. Ja, wenn der einen besseren Start wieder gehabt hätte. Aber, ich glaube, wenn es warm ist, und vor allem in Spanien selber, da ist er stark Petrosa. Das kommt ihm zugute. Ja. Aber, alles andere, also Motegi könnte schon wieder kritisch werden für ihn. Motegi hat er letztes Jahr gewonnen. Im Regen. Stimmt, warum eigentlich? Das weiß er selber nicht. Ja, ja. Oder es kann auch sein, dass ihm einfach... Ja, der Dark Pass, die Strecke liegt ihm vielleicht. Das weiß ich auch nicht, ob er die generell mag vielleicht. Jeder hat doch so ein bisschen seine zwei Lieblingsstrecken wahrscheinlich auch noch zusätzlich. Ach so, ja, dann warten wir mal. Ja, wenn die Strecke mal generell eben gefällt. Stimmt, ja. Da hat er gewonnen. Könnt man in die Kommentare schreiben, wann es wieder losgeht, Motogipi? Wir sind uns da gerade nicht so sicher. Mhm. Zwei oder drei Wochen müssten es ja jetzt sein, bis es in die Asien-Tour geht. Genau. Aber wenn ihr es wisst, gerne reinschreiben. Gut, sonst habe ich jetzt eh nichts mehr Aufregelndes aufgeschrieben. Aber gut. Ja. Ich denke mal, das war es dann, oder? Genau. Und was ihr noch reinschreiben könnt, ob man dann, wenn es soweit ist, eventuell einen Livestream machen sollten das nächste Mal. Wenn es passt von mir und von dir aus natürlich. Wenn ich nicht arbeiten muss, gerne auf dem Sonntag. Aber mal einen Livestream vielleicht. Das werde ich dann vorher ankündigen. Ob ihr generell Bock hättet. Genau. Ob ihr generell mal Bock drauf hättet. Ähm. Wenn wir es ja so machen, dass du den Livestream machst und ich lad's dann danach nochmal hoch. Genau, ich starte einfach den Livestream und du kannst ja aufnehmen, wie du lustig bist. Genau, so machen wir das. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Danke Slice. Vielen Dank. Danke Bernie. Danke Bernie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Tschüss.